Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO und es ist wieder mal ein Artikel erschienen, der sehr interessant ist. Ihr habt sicherlich schon davon gehört, es geht wieder um die Mega-Entwicklungen. Mega-Entwicklungen schon am 27.08. Ich nehme das Video jetzt am 26.08. abends auf und werde das versuchen direkt um 0 Uhr zu veröffentlichen. Deswegen nenne ich es dann nicht morgen, sondern heute Mega-Entwicklungen. Ich bin aber gespannt, ich weiß nicht, was der Tag dann bringt. Ob ihr frühs aufsteht und plötzlich sind die Mega-Raid-Bosse auf den Arenen, das wäre natürlich richtig heftig. Dann würde ich natürlich gleich losgehen, würde einen machen, würde ein Video dazu drehen, würde Leute einladen, alles hin und her. Auf der anderen Seite, bis jetzt ist irgendwie noch nichts Offizielles von Niantic direkt geschrieben, gepostet, gemacht worden. Und eigentlich bringen die ja immer gegen Abend zumindest irgendwas, wenn sich dann was tut am nächsten Tag. Ich könnte mir höchstens vorstellen, falls es morgen, also heute, am 27.08. etwas geben wird, dass das dann erst ab abends verfügbar ist wieder. Weil die ja viele Sachen immer ab abends schalten. Obwohl, am 27. ist der Donnerstag und in letzter Zeit ist Freitag immer was passiert. Freitag früh, also es steht alles in den Sternen, wir wissen eigentlich nichts. Wir vermuten schon wieder nur, aber irgendwo soll das trotzdem alles so sein, wie es da steht. Wir gucken uns natürlich mal an, was jetzt hier los ist. Niantic hat erste offizielle Informationen an die etablierte Presse herausgegeben. Laut einigen Newsportalen erscheinen die Mega-Entwicklungen bereits am 27.08. im Pokémon GO. So, was für ein Datum. Einfach so mittendrin. Pfff. Hier. Mega-Entwicklung. Nehmt's halt mit, oder? Hätte ich ja zu irgendeinem besonderen Anlass vielleicht gemacht und nicht. Pfff. Aber na gut. Mega-Entwicklungen. Wie schon aus der Data-Mine der Pokémon Miners hervorgeht, wird die erste Mega-Entwicklung in Pokémon GO Mega-Bi-Bor sein. Es soll ja auch eine Forschung direkt extra zu Mega-Bi-Bor geben. Euro-Gamer hat nun erste Pressebilder erhalten, die die Entwicklung zu Mega-Bi-Bor zeigen und das entwickelte Mega-Bi-Bor mit den entsprechend verstärkten Wettkampfpunkten. Hui. Ich bin Mega-Bi-Bor. Ja, sieht auf jeden Fall, ne? Ihr habt hier auch, ähm, die Zeitangabe, wie lange das jetzt groß und stark ist, bevor es wieder schrumpft, ne? Das ist ja normal. Das ist, wenn ihr euch die Billa einwerft und die Wirkung nachlässt und dann hängt ihr schlaff in der Erde. Ja, ihr habt auf jeden Fall extra ne zusätzliche Anzeige, dann neben den Bon-Boms wird jetzt also auch die Mega-Energie angezeigt. Okay. Wie man sieht, erhalten die Mega-Entwicklungen eine andere Animation der Entwicklung, in der auch das Mega-Symbol gezeigt wird. Auf dem Profil von Mega-Bi-Bor ist die neue Mega-Energie zu sehen. In diesem Fall eine spezifische Mega-Energie für Bi-Bor. Mega-Wettkampfpunkte. Die Wettkampfpunkte dieses Mega-Bi-Bors liegen bei 3195, wobei wir jedoch das genaue Level und in IV dieses Bi-Bor nicht kennen. Sie haben sich sicherlich das schlechteste rausgesucht, ja? Okay. Laut der regulären WP-Formel könnte ein 100% Mega-Bi-Bor auf Level 40 3383 WP erreichen, was zumindest in etwa in dieser Reichweite ist. 3133? Okay. Ob Mega-Entwicklungen der regulären WP-Formel folgen oder ob deren Werte leicht abgeschwächt sind, bleibt jedoch noch abzuwarten. Ja, was macht man mit so einem Mega-Bi-Bor? Ach, keine Ahnung. Mega-Zeit! Kommen wir mal zum nächsten Punkt. Außerdem kann man dem Bild entnehmen, dass dieses Bi-Bor nach noch 30 Minuten und 12 Sekunden lang in seiner Mega-Entwicklung bleibt, bevor es verschrumpelt zurückentwickelt. Ob dabei tatsächlich alle 499 Mega-Energie verbraucht wird, oder ob dies lediglich ein Beispiel-Bild ohne Realitätsbezug ist, bleibt noch abzuwarten. Ich hätte jetzt nicht gedacht, anhand des Bildes, dass das ist, was verbraucht wird, wenn es sich verschrumpelt zurückzieht. Ich dachte, man hat so und so viel Energie, durch die Entwicklung wurde so und so viel verbraucht und das ist die Energie, die es jetzt irgendwie so noch auf der Hand hat. Dass im Prinzip durch das Entwickeln in dem Moment die Energie abgezogen wird und ihr seht, wie viel ihr noch habt. Vielleicht braucht ihr ja 1000, um es zu entwickeln und jetzt hat er halt noch 499 und muss dann wieder sammeln. Dass sie jedes Mal auf 0 ist, ja, ist das so? Das möchte ich erstmal sehen. Mega-Raids Auch die neuen Mega-Raids sollen gleich mit zu Beginn veröffentlicht werden, jedoch sind diese laut Eurogamer auf Bisaflor, Glurak X und Y und Turtalk beschränkt, zusammen mit B-Bor. Wären dies also genau 5 Mega-Entwicklungen, die zu Beginn im Spiel erscheinen. B-Bor, also in, äh, als, äh, Forschung? Was? Okay. Und 4 Mal in den Raids. Jetzt immer noch die Frage, Was sind denn Mega-Raids? Ihr geht hin, ihr bekämpft das Mega-Turtalk im Raid und dann? Fangt ihr dann das Mega-Turtalk im Fangbildschirm und habt dann ein Mega-Turtalk im Beutel? Wenn die doch eigentlich nur temporär sind? Fangt ihr also ein normales Turtalk? Ihr kämpft gegen eine Mega-Form, aber habt dann ein normales Turtalk da zum Fangen? Oder ihr fangt zwar das Mega-Turtalk noch im Fangbildschirm, aber spätestens im Beutel habt ihr dann ein normales? Oder, dazu habe ich keine Info, dazu habe ich nichts gelesen, das ist was, was mich immer noch beschäftigt, keine Ahnung. Was bringen dann also Mega-Raids in dem Sinne, wenn ich ja eh nur ein normales Turtalk dann bekomme? Wenn ich eh schon eins habe, brauche ich ja keine Mega-Raids machen, mir extra Mühe geben für ein normales Turtalk. Sind wir gespannt, ich meine so ein Kampf ist vielleicht trotzdem ganz interessant und für die Leute, die natürlich sich noch ein paar Starter-Endentwicklungen gönnen wollen. Einschränkungen, jetzt aber hier. Laut Eurogamer geht hervor, dass Krypto-Pokémon und Klon-Pokémon sich nicht mega entwickeln lassen. Haben wir mal Glück gehabt, ne? Joa, muss man nicht mehr dazu sagen. Zu kostümierten Pokémon wird hier explizit nichts genannt, doch wir gehen davon aus, dass es ebenfalls kein Mega-Gengar mit Hut geben wird. Endlich mal was richtig gemacht. Die Kano-Starter mit Hut sind so oder so an ihre Basisform gebunden, sodass diese nicht die notwendige Entwicklung erreichen, um sich mega entwickeln zu können. Mega-Entwicklungen können aktuell nicht in der Go-Battle-League verwendet werden, können aber in regulären Trainerkämpfen eingesetzt werden. Ihr könnt also jetzt schon austesten, wie sich die Mega-Entwicklungen in den Trainerkämpfen verhalten werden. Und, ach, um diese dann künftig in der Go-Battle-League einzusetzen, sobald diese erlaubt werden. Okay. Auch gegen Team Go-Rocket können die Mega-Entwicklungen eingesetzt werden. Jetzt soll mal die Leute kommen und sagen, ich schaffe Giovanni nicht. Wenn sie jetzt ihre Mega-Bieber rausholen und dann alles umbringen. Mega-Entwicklungen können nicht in Arenen gesetzt werden. Level 2 und 4 Raids entfernt. Was war da denn los? Da war doch immer Despo da drin im 4er Raid. Pfff. Einfach. Laut dem Portal Newsweek werden die allgemeinen Raids ebenfalls überarbeitet und die Raids der Stufe 2 und 4 werden entfernt. Pfff. Grund hierfür sei laut Matt Slamen. Matt Slimone. Ist ja ein richtiger Wrestler-Name, ha? Matt Slimone, die Limone, das Level 1 und 2 Raids, sowie Level 3 und 4 Raids letztendlich den gleichen Zweck erfüllten. Level 1 und 2 Raids seien für Solo-Spieler gedacht, während Raids der Stufe 4 den Platz zwischen den Solo-Raids und den gewünschten Level 5 Raids eingenommen haben. Ja toll, aber Level 3 Raids waren ja auch manchmal für Solo-Spieler eine schöne Herausforderung. Jetzt gibt es also nur noch Level 1 und 3? Und die einzigsten, die man zu mehreren machen muss, sind dann Level 5, weil Level 3 die meisten auch alleine machen. So heißt es nicht mehr, yo, kommt mal Despo da Raid. Dann heißt es einfach nur noch hier. Nix. Pfff. Und dann ist alles vorbei. Keine Ahnung. Letztendlich werden diese Raids jedoch nicht gänzlich entfernt, sondern verschmelzen zu je einem Raid-Level, die man künftig, also alleine von der Farbe des Raids Eis... Eis? ...unterscheiden kann. Da bin ich aber mal gespannt, wie sich das schon wieder verändert. Jetzt haben wir uns jedes Mal dran gewöhnt. Aber gut, wir wussten ja, boah, ein rosanes Ei, ist das jetzt ein Einer, ist das jetzt ein Zweier? Oh, ein gelbes Ei, ist das jetzt ein Dreier, ist das jetzt ein Vierer? Jetzt wisst ihr genau, das ist eine Mischung aus beiden. Neue Events im September. Eurogamer kündigt ebenfalls an, dass es im September gleich mehrere Events geben wird, die sich um Mega-Entwicklungen drehen. 1. bis 7. September. Ja, das ist ja schon hier, ähm... bald. Event mit Mega-Raids im Fokus. Jetzt hauen die auch noch die Mega-Raids, äh, am Anfang raus, ja? Mit Event... Bin ich mal gespannt, äh, was das auch für die... für die nächste Raid-Stunde zu sagen hat. Wahrscheinlich nichts. Weil da ja nur lauter Fünfer da sind. Was... was sind dann Mega-Raids? Sind das auch Fünfer? Sind das Sechser? Sind das Vierer? Gibt's nicht. 11. bis 17. September. Kampf-Event mit Mega-Entwicklungen. Team Rocket? PvP? Äh, 22. bis 28. September. Eurogamer Kumpel-Event mit Mega-Entwicklungen. Bäh... Nishty Buddies, ich sag's euch. Das fängt gut an und dann wird's immer schlimmer. Ich freu mich auf Mega-Raids. Ich bin interessiert am Kampf-Event, aber Kumpel-Event... Fazit. Und... Schreibt's mal in die Kommentare. Aber... Meiner Meinung nach... Gab es immer noch keine offizielle Ankündigung. Ich guck noch mal ganz kurz auf den Handy-Bildschirm. So ergibt's dann auch Sinn mit dem Artikel. Ich sehe nichts. Ich könnte mich jetzt noch mal bei Pokémon einloggen. Aber ich denke... Kommen heute die Mega-Entwicklungen? Was sagt ihr? Es hätte ja gereicht, wenn sie das wirklich... Zu diesen Daten... Wenn hier dort steht, 1. bis 7. September. Ein Event mit Mega-Raids im Fokus. Dass sie da eben... Die Mega-Raids einführen... Und es da losgeht. Anstatt es jetzt einfach so zwischendurch irgendwo reinzuschieben. Und der Yentic hat was angekündigt. Aber sozusagen den neuen Terminkalender für September. Mit Feldforschungs-Durchbruch. Mit Raid-Stunden. Mit Raid-Bossen. Mit Spotlight-Stunden. Aber nichts von... Nichts von Mega-Entwicklungen. Kommen heute die Mega-Entwicklungen? Was sagt ihr? Auch wenn sie nicht kommen. Haben wir jetzt auf jeden Fall... Mehr andere News noch dazu. Vor allem interessant auch, dass diese Raids verschmelzen. Level 2 und 4 entfernt. Ihr nur noch einheitliche Stufen habt. Und... Ja... Wie stellt ihr euch die Mega-Raids vor? Ist es dann so, dass Mega-Pokémon direkt gefangen wird? Oder könnt ihr nur das Mega-Pokémon bekämpfen? Und fangt dann das normale Pokémon? Schreibt es mal in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Was ihr davon haltet. Und ob ihr denkt, dass das heute kommt. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Euer schlafloser Ramses. fit-schlafloser Ramses. ührt rulers lawyers. Ich verkס- Bit. Und größer Ramses. Wir sehen uns beim letzten Framework. towardRO spoken verso� surrounding. Bis dahin. 사in ہیں.